Hallo, ich bin Ines. Das ist Daniel, mein Assistent. Hallo. Wir schreiben gerade zusammen ein Buch und suchen noch einen männlichen Mitschreiber. Es geht um Psychiatrien, Depressionen und weitere psychische Erkrankungen. Wenn ihr dabei mitwirken wollt oder in diesem Buch vorkommen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr der Ines über Instagram eine private Nachricht schreibt und dann können wir gerne über alles sprechen. Danke fürs Anschauen, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.